Ich lasse das Spiel beendet. Dafür hältst du eine Medaille. Jetzt hast du 5. Denn Laden hat neue Abzeichen im Angebot. Oh fucking hell. Ich hasse euch. Es gibt jetzt noch einen Spezialwert-Level-Chat. Und ich vermute, die Abzeichen werden jetzt auch im Laden sehr viel kosten. Die werde ich wahrscheinlich im Stream jetzt nicht grinden. Oh, actually geht's. Durchgängig Elefant, durchgängig Feuer. What? Strong. Wenn ich die nur schon vorher mal gehabt hätte. Wir gehen einmal in die Spezialwert und gucken in das Level. Ich hoffe, das wird mich nicht killen. Ist es da? Der Welt? Tatsache. Super-Finale-Test. Abzeichen-Parade. Ein Wundersamen. Okay. Okay. Ah komm, das war unfair. Gibt es hier Münzen? Tatsächlich. Oh nein, Moment. Spielbüro-Sprung. Alle einsteigen! Und jetzt? 不好. Okay. Okay. Ich bin klein und hier wird kein checkpoint geben Kurz raus, okay Oh nein, oh ein checkpoint, oh mein Gott Ich bin doof Oh zum Glück hat das Level ein checkpoint, ich bin so glücklich Ich bin so glücklich und dumm Hier darf ich ja bitte Ich bin doof Das ist das Doofe bei Mario Games Die legen immer noch einen drauf Du denkst, du hast jetzt das letzte Level gemacht Nee, es kommt noch ein Level und dann kommt noch ein Level Ach, dann muss ich wieder Okay Das wird immer schlimmer Aber bei Mario kann keiner behaupten, man kriegt nichts für sein Geld Oh mein Gott War das Frech Das ist eine Münze, das beunruhigt mich Ach du Kacke Jetzt geschafft, scheiße Ich bin nur nicht gesprungen Oh nein, jetzt muss ich das wieder machen Man will die ganze Zeit runterdrücken Zum Sprungaufladen Ich hab's schon immer gesagt Seitdem wir diesen Vorsprung einmal hatten Äh, ciao Lars Seitdem wir diesen Vorsprung einmal hatten Ich hab's schon immer gesagt, das ist nie meine Fähigkeit Das hingegen kann ich gut Das ist jetzt scheiße Aber ich muss die Münze nicht mehr sammeln Okay Okay Jetzt hab ich zu spät geschaltet, dass ich die Fähigkeit benutzen muss Also, äh Dass ich da die Kerne benutzen muss, meine ich Ich hasse den Vorsprung Ich hasse ihn so sehr Okay, aber nimm die Münze Oh Oh, frech Oh nein, okay Ja Ich hätte gerne noch ein Checkpoint gehabt zwischendurch Oh Gott Muss ich nämlich alles leicht sonst wieder machen Ja klar Das meine ich Jetzt muss ich alles wieder machen Ich bin so ein Hohlkopf Aha Hohlkopf, nicht Großkopf Das ist ja ein Pfeife Mann Oh Gott Timing anders Was passiert hier Was mach ich hier Warum bin ich so ein Gott Okay Wie auch immer ich das überlebt hab Ich hab einen neuen Trick Dieses Wirbeln in der Luft mit der Sprungfeder ist MVP 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 ist das So Oh mein Gott Bitte gib mir einen Checkpoint Danke Spiel Ich liebe dich Wahrscheinlich Okay Aber bei mir ist Ich hab mir einen Checkpoint Chat Boah Das ist eine Scheißstelle Da muss ich wissen Okay Da muss ich noch gucken Wie das Timing ist Warum Was passiert hier Warum rastet Dennis aus Aber Dennis hat geschafft Dass ich dreimal sterbe Weil ich nicht aufpasse Okay Gut So Hä Okay warte Jetzt mach ich gerade ganz viele Sachen falsch Okay Ich wollte Neustart drücken Ich wär gegangen Chat Das Problem ist Ich hab nur noch 30 Leben Wieso Weil ich vom Kugel Ach das ist wieder das Ding Ich darf nicht springen Ich springe vom Torpedo Tett ab Und jetzt bin ich gar nicht Bin ich gar nicht gesprungen Kannst welche sammeln in dem Level Ne Ich krieg ja nur pro 100 Münzen ein Das geht nicht auf Oh Leute Man kann hier salven In dem Level Ne Seracani Kann ich nicht Weil ich ein Checkpoint hab Meinst du ich mach das Level nochmal von vorne Bestimmt nicht Und jetzt stelle ich mich grad dumm an Weil das eine Kackfähigkeit ist Oder Jetzt verliert Ich verliere die hier zu schnell Ganz sterben Ganz sterben ist egal Darf ich jetzt von dem Torpedo Tett abspringen Oder nicht Nein Ich darf nicht Springen Ich darf Nicht von der Kante springen Es ist aber auch weird hier Ich weiß nicht wann ich springen darf und wann nicht Springen 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 Nee darf ich nicht Also ich Da muss ich wieder anders Da muss ich auf den Torpedo Tett Hier muss ich einfach nur runterlaufen So und dann so Oh wow Okay Okay Alles gut Schon wieder Nee Moment Das ist der Okay Oh ich dachte das ist wieder die Sprungfeder Oh ich hab schon Ich hab schon Ich hab schon Insighti gekriegt Durchatmen Und konzentrieren Okay Oh mit Feuersteinen Wirklich Ich weiß Ich weiß wie das geht Aber müsst ihr mir hier Feuersteine hinstellen Ist das euer scheiß ernst Ach du groß Ja Ja danke 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 Hä, wo soll ich denn da? Ach, da. Ach, du großer Gott. Oh Gott. Oh. Okay. Soll ich nochmal auf die andere Seite gehen? Niemals aufgeben. Checkpoint? Unsichtbarkeit? Ohne Check... Nee. Oh mein fucking Gott. Ich geh kaputt. Ich geh kaputt, Chad. Ich werd das nicht schaffen. Ich seh doch gar nicht, wo ich abpralle. Oh Gott, und da ist ne Münze. Ja, genau. Und jetzt muss ich auch noch zielgenau auf so ein Ding springen. Scheiße. Fuck. Jetzt fast geschafft. Oh. 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 Spring doch. Ich hab springen gedrückt. Das ist... Das hasse ich nämlich an dieser Fähigkeit. Wenn du nicht im richtigen Frame spring... Oder wenn du einen Frame zu spät springen drückst, springt sie nicht mehr aus der Luft. Oh. Ja. Scheiße. Oh Gott, war das knapp. Durchatmen und konzentrieren. Ich war es. Danke. Oh mein Gott. Tief, du schaffst das. Tief, du schaffst das. Puh. Jetzt Unsichtbarkeit wieder. Das war Stress pur. Also das ist wirklich Stress. Ich sehe mich nicht. Also, ja, obviously. Aber es ist so schwer. Selbst die Wolken helfen nicht. Die Wolken sollen helfen, aber sie helfen nicht. Wenn die mir davor wenigstens einen Checkpoint gegeben hätten. Oh. Dass ich hier nicht sofort anfangen kann, fuckt mich ab. Das stört mich richtig. Dass ich hier erst warten muss, Alter. Das war dumm. Da wollte ich zu viel. Ich fall runter. Ich hätte dir die Plattform nicht einen Zentimeter länger machen können. Das ist mir jetzt schon so oft passiert. Das ist nicht so oft, Alter. Das ist nicht so oft, Alter. Ich halte mir da. Das ist halt so oft. Okay. Wir wollen jetzt ebbsche. Wir wollen dich auch hier. Das ist das. Okay. Nur kurz eingekackt. Wahrscheinlich könnte ich sofort losrennen, weil ich muss ja an die Wand hier. Tiefdurch, du schaffst das. Es stresst mich, dieser Screen stresst mich unglaublich. Ich glaube, hier sind die Wirbel auch wieder der Trick. Ich glaube, hier sind die Wand hier. Oh, ich hab's geschafft. Das geht nicht, Dennis. Oh doch, er geht. Oh, wie gut. Er funktioniert. Oh, wow. Ich hab mir grad eine Riesenstirne gemacht mit dem... Oh mein Gott, Dennis. Das ist ein perfektes Bild. Ich hab's geschafft. Es geht weiter. Moment. Oh. Oh, es ist ein schönes... Ein schönes Abschlusslevel. Eine letzte Belohnung. Stimmeffekte abzeichnen. Du bist wirklich wunderbar. Oh, ich fühl mich so leer. Oh. 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 Wahrscheinlich wird meine Stimme so... Okay. Oh, wir haben 100% Chat. Also, ich muss noch Abzeichen kaufen. Ja, aber... Ich glaub, mir fehlen noch 18 Punkte für alle Abzeichen. Ich muss mal gucken, ob ich... Fehlen mir noch 3 Abzeichen? Ja. Oh, wow. Komm. Also, das machen wir jetzt auch noch. Wir farmen jetzt noch die 18 Kacklila Münzen. Bei Rolf. Rolf war schön. Und dann sehen wir auch, was das Abzeichen macht. Ich liebe alles daran. Rolf war schön. Was sagt der? Warum? War das so? Das ist bestimmt der neue Mario-Sprecher oder so. Und dann haben sie gesagt, hier. Zum Einklang in deinen neuen Job. Oh lol, so funktioniert das. Sehr gut! Wasch! 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 Okay, vier Münzen noch. Dann haben wir es. Oh Gott! Wolf hat mich getötet. Wolf hat mich getötet. Okay. Wof, vier Münzen. Ach, das ist ein schöner Abschluss. Das ist ein schönes Trollabzeichen für... Du hast dir den Arsch aufgerissen. So, wir haben 301. Das müsste jetzt reichen. Ich verstehe mal, wer sagt... Wascha! Wascha! Ich finde es großartig... Oh fuck! Ich finde es großartig, dass die Rolfs halt... ...auch einen Sound bekommen haben bei diesem Stimmabzeichen. ... ... ... ... Ihr müsst euch vorstellen, da saß hier jemand in einem Aufnahmestudio... Und hat dieses Sound so gemacht. Und wurde dafür bezahlt. Ich bin neidisch. Alle Abzeichen, Chat. Alle Welten. Alle Welten. Abgehakt. Ich glaube, mehr kommen... Alle Aufsteller. Mehr geht nicht. Wir haben das Spiel... ...zu 1000% durch. Ich bin neidisch. Vielen Dank.